Als Vermögen der Privatkunde haben Sie viel erreicht und Sie haben einen besonderen Anspruch, Ihr Vermögen aktiv zu erhalten und auszubauen. Sie sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, wissen aber auch, wie wichtig es ist, auf die Kompetenz von Experten zurückzugreifen. Die Finanzkrise hat die Menschen verunzeichnet. Doch langsam wird deutlich, dass das aktive Management von Vermögen keinen Aufschub verzeiht. Privates Vermögen gewährt nicht nur Freiräume, sondern stellt hohe Anforderungen an seine Verwaltung. Vermögensverwaltung setzt Expertenwissen und umfassende Marktkenntnis voraus. Ganz gleich, ob Erhalt oder Ausbau die Ziele des Kunden sind. Der hohe Entscheidungsdruck und Zeitaufwand sind nicht zu unterschätzen. Vermögende Kunden erkennen, dass sie handeln müssen, zögern aber oft noch, die Verwaltung ihres Vermögens in professionelle Hände zu übertragen. Das ist nicht verwunderlich, denn die letzte Finanzmarktkrise hat für tiefe Verunsicherung gesorgt. Was jedoch gern vergessen wird, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Wir als Spezialisten der Vermögensverwaltung standen vor einer großen Herausforderung. Insbesondere geht es darum, das Vertrauen unserer Kunden zu stärken und ihr Vermögen zu sichern und auszubauen. Das gelingt jedoch nur, wenn wir uns an den individuellen Bedürfnissen und vor allem auch an der persönlichen Risikobereitschaft der Kunden orientieren. Und wenn wir ihnen eine Dienstleistung mit hoher Transparenz und Kompetenz bieten. Jedes Vermögen ist anders. Jeder Anleger hat andere Ziele. Die Lösung muss daher ein Höchstmaß an Individualität bieten. Unsere Vorgabe dabei, nur die Anlageentscheidungen für unsere Kunden zu treffen, die zu ihren individuellen Anlagezielen passen. Wir kennen den Markt und wir kennen die Bedürfnisse der Kunden. Wir sind die Spezialisten an der Seite unserer Kunden und können sie entlasten und professionell begleiten. Die Lösung, die all diese Anforderungen erfüllt, ist die Vermögensverwaltung der Commerzbank. In einem persönlichen Gespräch mit dem Berater werden ihre aktuelle Vermögensstruktur, ihre Wünsche und Anforderungen analysiert und ihre Anlageziele definiert. Dabei bestimmen sie den Rahmen, in dem die Portfolio-Manager handeln. Als Kunde können Sie sich nun entspannt zurücklehnen, denn ab sofort übernehmen unsere Portfolio-Manager die Verantwortung für ihr Depot. Wir haben die globalen Märkte im Blick und begleiten unsere Kunden durch das Auf und Ab der Kapitalmärkte. Täglich überwachen unsere Portfolio-Manager die aktuelle Entwicklung ihres Depots, identifizieren Chancen und Risiken und reagieren frühzeitig auf die Entwicklung der Märkte. Im Rahmen unseres Investmentprozesses analysieren und selektieren wir die besten Anlagemöglichkeiten und geben dem Vermögen eine langfristige und nachhaltige Struktur. Wir agieren dabei als konservativer Vermögensverwalter. Das heißt, der Erhalt des Vermögens unserer Kunden hat für uns höhere Priorität als kurzfristige Gewinne. Zertifikate und Bewertungen unabhängiger Institute bestätigen die Qualität unserer Anlagestrategie. Als persönlicher Ansprechpartner ist Ihr Berater vor Ort stets für Sie da. Ob für ein Zwischengespräch oder bei den regelmäßigen Reporting-Terminen. Wir erläutern Ihnen nicht nur, welche Wertpapiere die Portfolio-Manager für Sie auswählen, sondern auch warum. Denn wir legen Wert darauf, dass die Zusammensetzung Ihres Depots und das Preismodell nachvollziehbar und verständlich sind. Maßstab für uns sind stets Ihre Wünsche und Ziele, wie auch immer sich diese verändern. Denn es geht um Sie und das, was Sie sich aufgebaut haben. Das verdient besondere Beratung und beste Lösungen. Fair und kompetent. Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.